Ich muss nur meinen Quad überziehen Oh, ein Motorrad, geil Alter RIP, Alter Was denn? Ich fahre ein Baum hoch 7km jetzt ein Moped fahren, ey Mit dem Moped gehts nur, ich hab nen Quad, Alter Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub mir hat grad einer in den Reifen geschossen, Alter Und dann hab ich einen Unfall gebaut Aber irgendwie hat er nicht wieder geschossen Vielleicht bin ich grad noch so aus seiner Reichweite raus Ah, der hat doch auf mich geschossen, oder? Ich war so, wie Kabel Kabel? Wie Kabel? Ach so, ja, einfach so instant Nach... Novi Zabor Novi Zabor Militärpunkt Hoffentlich hat's dann eine Kirche, da kann ich auch schon ein bisschen Prüsterarbeit Hoffentlich hat's dann einen Brunnen Kannst ja dann das Wasser weihen Dann gibt es mehr trinken, dann ist geweihtes Wasser, dann gibt es statt 80 gibt's 100% Ja, Mann, und Essen dazu Ja, Mann, und Munition So komplett out of nowhere, einfach Munition, Alter Tunch Scrap Metal hab ich hier auch Ja, nehmt es mal mit Fürs Bauen dann Oder Junk Metal, alles so in der Richtung mal mitnehmen Ja, warte, ich füll kurz auf, dann komm ich Das Wasser noch kurz Mach's jetzt hier Plastik empty Recipes Fill fresh water Ja, fresh water, nice, perfekt Dann kannst du alle vier dann alle Flaschen, die du leer hast, kannst du auffüllen Und dann kannst du das gleiche machen mit den, ähm, Canteens Also kannst du unten dann die Zahl auswählen, dass du alle mit einmal auswählen Ja Wo bist du, Maki? Ähm In der Scheune Ja, in der Scheune Ja, ich komm da hin, ja Ich glaub, der Shop ist was, was da liegt Kannst du mich ja mal auf Steam adden? Einmal Flonky Du musst, glaub, Ausrufezeichen Steam in den Chat rein, dann kommt, glaub ich, mal ein Ding Oder musst mich in Private Chat anschreiben In, ähm, Ding Hat jemand jede Klamotten? Jörg, hier liegen Urban Klamotten Eine Uhr Ich hab Klamotten Maki, wo war die Waffe? Direkt vor dem... Da, wo der Zimmer steht Ah ja, ich seh's Oh, da ist ja ein ganzer Haufen, Alter Haben wir eh schon schießen Ah, die VSS Die ist nicht so viel wert Ja, die finde ich auch Pickaxe Was ist die? Pickaxe wird nichts Okay, dann weg mit der Du kriegst auch irgendwie Erfahrungspunkte für Zombie töten, gell? Ja, du kannst schon upleveln und dann die Eigenschaften, was du hast, wirst du besser Kartoffelsack Kannst du einen über den Kopf ziehen, Mann Ja, lass mal langsam pissen, oder? Gehen wir noch nach Starry Aber wir sind halt schon wieder voll Aber lass mal nach Starry Sobo rüber Wegen Auto Holt ihr euer Moped Ich lauf mit dem Jörg schon zu Starry Sobo rüber Warte mal, ich will kurz den Rucksack tauschen, weil da von der Farbe her besser ist wie der andere Ist ja auch größer Ja, man Hier musst du halt noch richtig was erreichen Bro, da geh runter Geh runter, geh runter, geh runter Ich bin in der Küche, oh Momo Alter, ist ein Unfall gebaut Geh, weiß nicht, ist umgefallen Jetzt musst du aber rennen, Alter, nicht so nah an das Moped gehen, nicht so nah an das Moped gehen Ich weiß nicht Was machst du denn, Maki? Das war gar nicht, das war so Bodenunebenheit Da kommt schon ein Zombie Hier rechts ist das Militär-Ding Müssen wir aufpassen mit den Zombies Ah, die ist direkt zum Ist das Moped voll? Oder ist das jetzt RIP? Ne Ich weiß nicht, kann ich mal flippen Ja, ich soll jetzt zu flippen Ich hab's versucht zu flippen Ich hab's versucht zu flippen Danach hat's angefangen zu qualmen Und ist liegen geblieben Und dann bin ich weggerannt Da oben ist ein Helikopter Da oben ist ein Helikopter Wo? 20 Grad nördlich Auf dem Hügel oben Ich geh mal hin Vorgucken, ob da vielleicht ein Spieler ist Kann sein, hier ist ein Spieler Aufpassen Der sieht ziemlich abgefuckt aus Kick krank Guck mal, da sind noch Helikopter-Teile In dem Ding ist der Nell Kann ich nicht mitnehmen Ich starte und tu dann Doch, er startet Okay, wir haben ein Helikopter Ja, ist Ja, nice, lass den mal vollknüppeln Ja, dann stürz mal ab Ja, ich pack mal rein Der passt eh nicht viel rein Ich mach den schon voll Und dann fliegen wir mit dem zum Trader Schüsse? Oh shit, wurde gehütet Ich komm Wo bist du, Crusher? Hier vor dir Hier vor dir Hier in dem hier Und in dem hier Antibiotics Bandagen Flonky Flonky, weißt du wofür der Kartoffelsack gut ist oder? Oh nice Pain medication Die Bandagen sind gut für wenn ihr mal leicht verletzt seid nur Lohnt sich das hier hoch zu klettern? Ja, klettern ist immer dünn Äh, warst du hier drin das Antibiotikum? Was hier drin war mitgenommen? Ja In einem? Gut Hier ist noch was Hier rechts hier drin Dann lass mal langsam pissen Ich seh den Ich hab auch den geschossen Achso, ich hab mich schon gewohnt Alle Oh, vorsichtig Alter Manche halten mega viel aus, ey Der will ja auch die Rüstung haben Da kommen wieder einen Haufen Nein, aber schießt jetzt nicht Lass abhauen Ja komm schon Ich lock die Wasser weg Warte mal, hier vorne ist das Handikopterteil Das hier haben wir mitgenommen Hier liegt noch was Nimm das noch mit Hier ist ein Defi Ich glaub wenn der offen ist, geht der nicht Aber ich bin nicht sicher Hinter euch kommen einen Haufen Zombies Wenn der offen ist Weil meine ist auch Also meine ist da alle offen Ja der muss zu sein, hat er doch einer doch gesagt Weil er dann einen Unbrauch Ein paar auf dem Boden liegt Aber komm noch verkaufen, wo 450 Ja lass pissen Hoch zum Helikopter Wo ist denn der? Toll alter, jetzt ist mein scheiß Hörig Egal wer jetzt gut genug Zeug Außer jetzt brauchen wir genau das Teil Dann schießt's scheiß dran Ich hab auch einen Teil dabei, Mark Äh, Uwe Ja lass mal jetzt erst zum Trader kommen mit dem Wenn wir überhaupt noch dort hinkommen Wart mal Ach da ist der Er ist Trader Ah nicht so weit, das müsste reichen eigentlich Ja die hauen dann direkt mit weg Ja ja alle drin Oder? Jetzt 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 Ich hoffe wir kommen gesund an Klappert alles ein bisschen Sächsisch Sächsisch Wo ist ihr Blacks? 5 5 ist ihr Blacks Wo hoffentlich funktioniert der Hackrotor Oh oh ne funktioniert nicht Ok rip Warte wir fliegen rückwärts Ist das Ding am Arsch oder was? Ist das Ding am Arsch oder was? Ja man der Hackrotor ist kaputt Deswegen dreht es sich dann wenn du stehst Mit dem Land wird ein bisschen tricky Aber wir kriegt das hin Aber wenn man erstmal fliegt gehts Vielleicht hätten wir mal gucken können Ob wir das Ding reparieren vorher Ich habe nur ein Teil dabei Muss weg Bruder muss groß Wir haben Nassenbluten gekriegt Ok Ich habe spontan Nassenbluten gekriegt Muss los Ich habe Ja Ich meine wir hätten ja reparieren können So ist es ja nicht Ja ok rip oder?